Da bin ich wieder. Zwei haben wir noch, eine nehmbar und die gucken uns Koryoga an. Guckt euch gerne meine, da oben da, eins der Minitins davor an. Lohnt sich immer rein zu gucken. Mir hat Spaß gemacht. Und bei den Minitins bin ich auch immer, da wird wieder nichts drin sein. Bei dem da bin ich der Meinung, habe ich immer das beste Booster Verhältnis vom Preis. Wenn man richtig einkauft, finde ich die hat man da immer noch, wenn man das auf Einzelbooster rechnet, die günstigsten bei den Minitins. Und die gönnen bei diesem Set und ich liebe es, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja. Ich bin so aufgeregt. Energie, Kotomi, Rotom, rostiges Schwert, Kufanti, Sepa, Tusca, Morpeko, Kamabs, ein X-Band-V, ja! Und Morpeko in Reverse, Doppel, ja! Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das hier fehlte mir auch noch. Ich glaube, das wollte ich sogar gerade ertauschen und habe es zum Glück nicht gemacht. Wie man sieht, habe ich es hier. So, die Reverse-Karte. Hingepackt. Next one. Wie gesagt, der, der drauf ist, bin ich der Meinung, ist nichts drin. Ich lasse mich gerne mal was Besserem belehren. Aber ist ganz oft so. Bei mir zumindest. Vier, eins, zwei. So, und was haben wir hier? Viele, viele bunte Karten. Lustig wird es erst mit Karten. Vulcanio in Rare und ein geiler Smok-Mok in Shiny. Hey, ich liebe dieses Set. Ist das schön. Bis jetzt hat mich, glaube ich, noch in diesem Set keine einzige Minitin richtig enttäuscht. Hammer. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.